Willkommen beim Avesa Interview mit einem ganz besonderen Gast, den wir hier heute dabei haben im Equitas Center in Hameln. Das ist der Norman Quint, Torwart bei den Sportfreunden Lotte in der dritten Liga und wir werden uns jetzt mal im Gespräch mit ihm anhören, welchen Werdegang er so hinter sich hat. Er ist ja ein Hameln-Pyrmonter Gewächs, kommt aus Hessisch Oldendorf und ihr werdet auch noch erfahren in der Familie, die Torhüter-Historie ist da sehr, sehr groß und sehr, sehr lang und sicherlich wird das auch noch ein Thema sein. Ja, aber ich denke, alles weitere werdet ihr im Gespräch erfahren und ja, Norman, erstmal herzlich willkommen. Danke, dass es geklappt hat, überhaupt diesen Termin zustande zu bekommen. Du hast ja jetzt quasi frei und ja, jetzt wäre erstmal das allererste, was uns natürlich mal interessiert ist, wie ist überhaupt dein Werdegang hier in Hameln-Pyrmont gewesen? Wie sind deine Anfänge im Fußballbereich gewesen? Wie hast du diese Leidenschaft für dich entdeckt? Ja, das fing schon mit jungen Jahren an halt. Da war ich glaube ich vier oder fünf. Da hat mein Vater mich halt mit zum Todes hessisch Oldendorf genommen. Ja und dann habe ich da bis, glaube ich, bis ich zwölf war, habe ich dort gespielt oder bis ich elf war und dann bin ich zu Hannover 96 gewechselt. Ab der U10 habe ich dort gespielt, 2013 war das, glaube ich. Und ja und dann ging es los bis zur B-Jugend dort. Ja und dann bin ich in der A-Jugend bin ich dann dort gewechselt nach nach Kaisers-Jena. Wie kam denn dieser Kontakt mit Hannover 96 zustande? Mit wem möglicherweise hast du denn damals gesprochen oder deine Eltern gesprochen. Erzähl mal so ein bisschen, wie das abgelaufen ist. Ja, das war eher so ein Geburtstagsgeschenk. Das war einfach ein Zufall, weil mein Bruder hat einfach so gesagt, komm, wir melden uns oder wir melden jetzt den Norman mal zum Probetraining an bei Hannover. So und dann hat es auch nicht lange gedauert. Dann hat glaube ich der Trainer, mein Jugendtrainer in Hannover hat dann zwei Wochen später angerufen. Ja, wir würden gerne mal den Norman Quint zum Probetraining einladen. Ja und dann war ich dort zwei, drei Mal und dann haben sie auch gleich gesagt, ja, den Jungen wollen wir haben. Ja, da habe ich mich natürlich total gefreut. Das war schon immer ein Traum, weil ich auch 96-Fan bin und zu Hannover immer gut gestanden habe, als kleiner Junge schon im Stadion gewesen. Und ja, da hat mich total gefreut, dass ich dann dort genommen wurde. Ja, und du hast gerade schon erzählt, du bist dann zur U19, meine ich, zum Karlsruhe Jena gewechselt. Wie ist das passiert? Warum hat es möglicherweise in Hannover nicht mehr gepasst? Es war halt so, dass der Jugendbereich, also der 96er Jahrgang und der 95er Jahrgang zusammengewürfelt werden dann in der U19, weil es keine U18 gibt. Und dann war ich halt mit den älteren Torhäutern da zusammen. Und dann wurde mir halt gesagt, dass die älteren Torhäuter Vorrang haben, weil sie sich bewerben müssen für den Profibereich oder für die U23 bei Hannover 96. Ja, und dann habe ich gesagt zu meinen Eltern auch, ich muss spielen. Ich muss zwei Jahre mindestens A-Jugend-Bundesliga spielen, weil je mehr ich spiele, desto besser werde ich und desto mehr lerne ich doch dazu. Ja, und dann hat es auch nicht lange gedauert. Irgendwann habe ich dann in der B-Jugend dann auch die letzten Spiele gemacht und dann kam Karlsruhe Jena, habe mich dann beobachtet und haben dann gesagt, ja, dann komm doch zu uns nach Jena. Und da wurde mir dann halt versprochen, dass ich dann auch dort auch in der A-Jugend dann zwei Jahre spielen werde. Genau. Und das ist ja doch ein sehr großer Sprung für so einen jungen Menschen wie dich damals. Wie war das denn für dich persönlich, diesen Sprung nach Jena zu machen? Das ist ja sehr weit weg von der Heimat. Ja, es war schon ein großer Sprung und auch eine schwere Zeit dort, weil ich war ganz alleine auf mich alleine gestellt, ohne Eltern, das erste Mal ohne meine Brüder, ohne meinen Zwillingsbruder, zu dem ich eine besondere Verbindung habe. Ja, es war nicht einfach dort. Die erste Zeit hat bestimmt sechs Monate gedauert, bis ich mich da eingewöhnt habe. Schule war auch integriert, da gleich im Internat und so. Das war halt schon ein anderes Leben und da habe ich schon eine Menge dazugelernt. Aber insgesamt war es schon ein schwerer Schritt für mich, aber wo ich auch viel gelernt habe, ja. Das kann ich mir vorstellen. Und dann bist du ja anschließend auch zum SV Rödinghausen gewechselt und da hast du ja den Sprung in den Herrenbereich vollzogen. Wie ist er dir denn gelungen? Du warst ja erstmal in der zweiten Herren im Einsatz, in der Westfalenliga, bist dann aber in der zweiten Saison in den Regionalligakader vorgestoßen. Wie hast du diese Zeit erlebt? Ja, ich war im ersten Jahr als Nummer drei vorgesehen, in der ersten Mannschaft, war auch dort immer beim Training, habe im Regionalliga schon trainiert, habe aber im ersten Jahr halt in der Landesliga gespielt, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln noch im ersten Herrenjahr. Und die Westfalenliga war auch eine gute Zeit da, mich erstmal in den Männerbereich zu gewöhnen, auch wenn es jetzt nicht hoch war, aber habe auch schon eine Menge dazugelernt. Ja, und dann irgendwann war es dann halt so, dass ich dann im zweiten Jahr mir den Platz erkämpft habe als Nummer zwei in Rödinghausen. Ja, und das war dann mein erstes Regionalliga, wo ich dann ein bisschen, sag ich mal, den semiprofessionellen Weg beschnuppern durfte. Ja, und genau, das war halt so, genau. Und dann ist wiederum der Wechsel zur TSG Neustrelitz gefolgt, und das war ja wieder ein örtlich relativ großer Sprung, diesmal so ein bisschen in den Osten Deutschlands, Regionalliga, und da hast du dich als Stammspieler in der Regionalliga etabliert. Erzähl mal so ein bisschen, wie dir diese Transformation von Westfalenliga-Torwart und Ersatz-Torwart in der Regionalliga zum Stammtorhüter, wie ist dir das gelungen, was hat dich da besonders ausgezeichnet, dass dir eben dieser Sprung gelungen ist? Ja, in Neustrelitz war es halt so, dass ich da schon, ich wollte unbedingt spielen in der Regionalliga, weil ich war bereit, ich war immer gut drauf, auch im Training in der Regionalliga in Rödinghausen. Rödinghausen wollte mich auch behalten, aber abgesagt, ich muss aber spielen dann. Und ich als junger Torwart, die Torhüter lernen nur, wenn sie spielen. Und das gelingt mir dann nur, in der hohen Klasse zu spielen und die Erfahrung dann dort zu sammeln. Und das war dann in Neustrelitz dann halt so, dass ich mir dann den Platz erkämpft habe in der Vorbereitung. Also es war halt ein normaler Zweikampf zwischen mir und dem anderen Konkurrenten. Und ich habe mir dann halt erkämpft, so durch meine guten Leistungen. Ja, und dann war ich auch schon froh darüber, dass ich Regionalliga spielen durfte. Und ich habe es eigentlich auch ganz gut gemacht in Neustrelitz. Und man hört auch raus, du bist sehr, sehr ehrgeizig. Und du hast ja dann auch sofort den Schritt in die dritte Liga zu den Sportfreunden Lotte gewagt nach einem Jahr Neustrelitz. Und da ist natürlich, du bewegst dich von der höchsten Amateurspielklasse, sicherlich schon halb professionell, in die unterste Profiklasse. Wie drückt sich dieser Unterschied im Fußballalltag aus, dass du jetzt plötzlich Profi bist? Ja, es war schon ein anderes Gefühl, weil du hast natürlich auch zwei- bis dreimal die Woche hast du dann auch morgens Training. Während andere zur Arbeit müssen, gehst du halt zum Training, musst dich voll aufs Training fokussieren, musst auch dafür leben halt. Und das wollte ich schon immer. Und der Schritt in den Profibereichen ist schon immens hoch, sag ich mal. Und auch anders. Das ganze Training, das Niveau ist schon einen Schritt höher, weil die Spieler sind schneller, ein, zwei Städte schneller. Der Fußball allgemein ist schneller. Und auch so das Körperliche und dieser Kampf. Also das ist schon eine andere Hausnummer als gegenüber der Regionalliga. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vollzeitfußballer bist du ja dann. In der Regionalliga gibt es sicherlich noch viele Spieler, die noch einen Job nebenbei haben bis 16 Uhr und dann eben zum Training. Dann erst fahren. Ja, wie hast du denn, du hast jetzt in der letzten Saison, glaube ich, leider Gottes keinen Einsatz gehabt. Wie hast du denn den Konkurrenzkampf mit den beiden anderen Torhütern, die auch noch in deinem Alter sind? Du bist 22 Jahre alt. 22 und 24 sind deine Konkurrenten. Wie hast du denn diesen Konkurrenzkampf wahrgenommen? Ja, also unser Konkurrenzkampf war hoch. Also wir haben uns keine Luft gelassen im Training. Aber es ist halt so im Profibereich in der Regionalliga ist halt mal so, dass dann auch mal gewechselt wird. Und in der dritten Liga im Profibereich wird dann nicht mehr so oft gewechselt. Also da ist es meistens so, der von Anfang an spielt, der spielt auch eigentlich meistens durch. Und als Torwart musst du dann halt warten, bis dann irgendwas passiert. Du hoffst natürlich nicht, dass der andere sich verletzt. Aber als Torwart, da gibt es halt nur eine Position und da muss man auch mal warten und auch auf seine Chance hoffen. Irgendwann mal irgendwie rein zu rutschen und dann halt ein gutes Spiel zu machen. Und dann bleibst du auch, du bist wahrscheinlich meistens drin, wenn du gute Leistung bringst. Ja, das liegt in der Natur der Sache. Wenn du überzeugst, bist du erstmal drin. Ja, sei ich jetzt leider Gottes abgestiegen mit den Sportfreunden mit 40 Punkten. In der 18er Liga sagt man immer, das ist so diese Grenze, sodass man die Liga hält. Ihr seid leider jetzt in der 20er Liga gewesen, sodass es dann leider Gottes nicht gereicht hat. Was war denn aus deiner Sicht ausschlaggebend, dass ihr am Ende jetzt absteigen musstet? Also ich glaube, die dritte Liga ist eh eine verrückte Liga, weil halt so viele Mannschaften sind gute Mannschaften. Fast alle spielen auf dem gleichen Niveau Fußball. Es ist einfach nur die Sache, wie man den Kampf angeht. Und ich glaube, letztendlich hat uns so der Kampfwille gefehlt. Deswegen glaube ich, sind wir auch abgestiegen. Ja, was soll ich sagen? Es ist halt schwer zu sagen am Ende. Es liegt ja auch noch nicht so lange zurück. Ich glaube, da wird auch erstmal noch die Vereinsinterne Analyse noch so richtig stattfinden, nehme ich an. Ja, wie sieht denn deine persönliche sportliche Zukunft aus? Jetzt spielst du im nächsten Jahr wie in der Regionalliga. Wie hast du dir deinen persönlichen Weg vorgestellt? Ja gut, mein Vertrag geht jetzt noch bis zum 30.06. in Lotte. Gut, Gespräche laufen schon mit meinem Berater. Natürlich würde ich in der dritten Liga bleiben. Aber natürlich, wenn Lotte sagt, in der Regionalliga wirst du spielen und du sammelst Erfahrung und so weiter, dann müsste ich noch zweimal überlegen, ob ich das mache. Aber mein Werdegang eigentlich noch, also ich will den nächsten Schritt wagen und will versuchen natürlich in der dritten Liga zu bleiben, als Nummer zwei erstmal und dann irgendwann den Weg zu erkämpfen, als ersten Torwart. Ja, ich glaube, das hätte man sich schon fast denken können jetzt so, wenn man hört, wie ehrgeizig du bist. Aber jetzt möchte ich mal so ein bisschen auf deine Familie zu sprechen kommen. Ich habe es ja schon in der Einleitung angedeutet. Ihr habt eine sehr, sehr große Torhüter-Historie bei euch in der Familie. Dein Vater Uwe. Uwe Quint war bei TUS Hessisch-Eudendorf und Preußen-Harmel in der damaligen drittklassigen Oberliga, auch Drittliga-Torhüter. Dein Bruder Frederik ist beim SV Lachen hier in Harmin Pyrmont, doch auch im Kreis sehr angesehener Torhüter, gehört zu den Top-Torhütern hier in der lokalen Gegend. Und dein Bruder Felix, dein Zwillingsbruder, der ist Feldspieler, der ist so ein bisschen der Exot bei euch in der Familie. Ja, was hat denn deine Familie oder auch dein Vater für einen Ausschlag gegeben, dass du tatsächlich jetzt Torhüter geworden bist? Ja, ich habe ja schon früher immer, als ich ganz jung war, habe ich immer dem Papa beim Fußballspielen zugeguckt. Und dann habe ich auch gleich gesagt, ich will wie Papa werden. Ich will wie mein Papa werden. Und ja, wir sind dann auch schon, wo ich vier, fünf war, sind wir dann draußen in den Garten gegangen, haben wir schon Torwarttraining gemacht. Der ganze Rasen war schon weggefetzt. Und ja, mein Papa war so der Ausschlag, warum ich Torwart geworden bin. Weil mein Papa auch so vom Typ her genauso ist wie ich oder ich bin eher wie mein Papa. Und ja, ich wollte schon immer so sein wie er und auch irgendwann so hochspielen wie er und vielleicht noch eine Klasse hören. Wie ist das so, wenn ihr jetzt ein Familientreffen habt, euch mal am Sonntag zum Sonntagsbraten trefft, sofern du überhaupt essen darfst aufgrund der vielen Kalorien. Gibt es da auch mal sicherlich die eine oder andere Rivalität zwischen deinem Bruder Freddy und dir? Müssen einfach mal so ein bisschen die Torwartgeschichten ausgetauscht werden? Sicherlich ein paar liegen Unterschied. Ja, schon. Jetzt kommt mein Bruder früher, weil ich es, der immer gefragt hat, wenn mein Papa und mein Bruder zugeguckt haben, was kann ich verbessern? Woran muss ich arbeiten? Was sieht besser aus? Man muss ja auch immer sicher wirken als Torwart. Ja, und jetzt kommt komischerweise mein großer Bruder auf mich zu. So, Norman, was hast du jetzt zum Beispiel gesehen, wenn ich jetzt mal beim Spiel war in Lachem und so? Was kann ich verbessern? Wie sieht es besser aus? Und ja, genau. Also bei uns zu Hause gibt es eigentlich fast nur ein Thema, das ist Fußball. Also immer, wenn ich nach Hause komme, ja, wie läuft das Training? Wie sieht es aus? Ist der Trainer mit dir zufrieden? Fühlst du dich wohl? Und so weiter. Das ist immer ganz wichtig bei mir in der Familie. Und bei uns gibt es immer nur das Thema Fußball fast. Das kann ich mir absolut vorstellen. Verfolgst du denn auch den Sport hier vor Ort noch in Haarm in Pürmont, also in deiner Heimat? Verfolgst du so den Werdegang von deinem Bruder Freddy oder auch Felix? Wie sieht es da aus? Ja, Felix war jetzt verletzt. Also der hat jetzt seit einem halben Jahr keinen Fußball mehr gespielt. Aber er würde gerne irgendwann mal wieder, wenn er jetzt auch mit der Uni dann jetzt besser klarkommt. Und natürlich gucke ich immer, wenn Freddy ein Spiel hat oder so, gucke ich immer vorbei. Natürlich gucke ich auch, wie Lachen in der Liga steht und so weiter. Ja, genau. Norman, jetzt bedanke ich mich erstmal für die vielen sportlichen, aber auch privaten Einblicke, die du uns gegeben hast. Das ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Ich hoffe auch, dass du deinen Spaß hier mit uns hattest. Und ich sehe, da hinten liegt was auf dem Boden. Ich glaube, du hast uns noch etwas mitgebracht. Genau. Ich habe euch ein Trikot von mir mitgebracht aus Lotte. Von meinem Drittliga-Jahr jetzt. Ich zeige es mal so. Ja, und das würde ich euch gerne übergeben und euch schenken. Und ich hoffe, ihr könnt das gut gebrauchen. Vielen Dank für dieses Trikot. Damit können wir sicher etwas anfangen. Es wird sich mit Christopher Bucht, neben dem Trikot von Christopher Buchtmann einreihen. Oder von Kevin Schumacher oder von unserem Kollegen, der im Hintergrund ist, Toni Deck. Der hat ja auch ein Trikot. Ist von unseren Oberliga-Zeiten bei Preußen-Hameln. Und ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr hattet auch euren Spaß mit diesem Interview. Und wir wünschen dir alles Gute auf deinem weiteren sportlichen, aber auch privaten Weg. Und wir werden weiter verfolgen, wie dein Weg verläuft. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.